Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie hier im Namen des Vorstandes des FSV ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind, um mit uns und insbesondere mit den zwei Mannschaften den Rundenabschluss zu feiern. Ich möchte einfach vielleicht zu Beginn der Rückrunde ein Zitat aus der oberhessischen Presse nennen, wo dann geschrieben stand, das Unmögliche möglich machen. Das haben, glaube ich, alle Spieler, insbesondere auch der Trainer gelesen, ab da ging es steil bergauf. Da können wir auch ganz, ganz, ganz stolz auf diese Mannschaft sein, die sich auch als Mannschaft präsentiert hat und hier wirklich guten Fußball gespielt hat. Wie das immer so ist, nach einer Runde, es gibt auch Leiter, Personen und Spieler, die uns verlassen. Sie stehen hier schon an der Seite parat, das ist einmal der Tim, der Pascal und der Steffen, die darf ich einfach mal ganz kurz nach vorne bitten. Denen möchten wir nämlich ein kleines Dankeschön überreichen, frühere Treue zum FSV und auch noch mal ganz herzlich danken. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020